Herzlich Willkommen! Du willst wissen, wie der Dreisatz funktioniert? Dann bist du in meinem Video genau richtig. Zunächst mache ich ein leicht verständliches Beispiel mit dir und anschließend gibt es eine Übung für dich, bei der du ausprobieren kannst, ob du das Thema schon verstanden hast. Bist du bereit? Dann geht's los! In meiner Beispielaufgabe geht es um Milchreis. Um zwei Portionen davon zu kochen, benötigt man 100 Gramm. Die Frage ist, wie viel Gramm Milchreis benötigt man für fünf Portionen? Grundsätzlich benötige ich ja für die doppelte, dreifache oder vierfache Menge an Personen auch die doppelte, dreifache oder vierfache Menge an Milchreis. Es handelt sich hierbei also um eine proportionale Zuordnung. Bei einer proportionalen Zuordnung kann ich gesuchte Werte mit dem Dreisatz berechnen. Hierfür bietet sich die Darstellung in einer Tabelle an, wie ich sie hier gezeichnet habe. In dieser Tabelle habe ich in beiden Spalten zunächst einmal die Größen notiert, die gegeben sind. Es geht also einmal um die Menge Milchreis in Gramm und zum anderen um die Anzahl der Portionen. In der ersten Zeile hier notiere ich zunächst einmal die Beziehung, die gegeben ist. Also, ich weiß, für zwei Portionen Milchreis benötige ich 100 Gramm Milchreis. Also, 100 Gramm für zwei Portionen. Nun lasse ich eine Zeile frei und in der dritten Zeile notiere ich in der richtigen Spalte das, was gesucht ist. Also, ich möchte wissen, wie viel Milchreis benötige ich für fünf Portionen. Und nun kommt vielleicht das Wichtigste am ganzen Dreisatzthema. Immer in der Spalte, in der zwei Werte stehen. Also hier, in dieser Spalte. Dort rechnest du runter auf die 1. Das geht so. Pass auf. Du teilst zuerst durch die Zahl, die hier steht. Rechnest also 2 geteilt durch 2 und kommst so auf die 1. Dann nimmst du mit der Zahl, die hier steht, mal. Also mal 5. Ich rechne also 1 mal 5 und komme so auf die 5. Die Rechenschritte, die du nun hier auf der rechten Seite ausgeführt hast, machst du nun auch auf der linken Seite. Du rechnest also 100 geteilt durch 2. Das ergibt 50. Und die 50, die nimmst du und nimmst sie mal 5. Das ergibt 250. Und so hast du die Aufgabe mit Hilfe des Dreisatzes beantwortet und weißt, dass du für 5 Portionen Milchreis 250 Gramm Milchreis benötigst. Ob du den Dreisatz schon verstanden hast, kannst du nun mit folgender Übung ausprobieren. Diese Aufgabe hier ist für dich. Um Pfannkuchen für 3 Personen zu machen, benötigt man 240 Gramm Mehl. Die Frage ist, wie viel Gramm Mehl benötigt man, wenn 7 Personen Pfannkuchen essen wollen. Versuche diese Aufgabe mit den Dreisatz zu lösen, wie ich es dir gerade eben gezeigt habe. Und solange du das machst, hältst du das Video bitte an. Du kannst es weiterlaufen lassen, wenn du mit der Übung fertig bist, um deine Lösung mit meiner zu vergleichen. Bis gleich! Willkommen zurück! Hier kommt die Lösung für dich. Zunächst einmal habe ich mir eine Tabelle gemacht, in der ich alle wichtigen Dinge, die in der Aufgabe gegeben sind, notiert habe. Ich habe einmal die Menge Mehl in Gramm und in der anderen Spalte die Anzahl der Personen. Aus der Aufgabenstellung weise ich, dass ich für 3 Personen 240 Gramm Mehl benötige. Und ich soll ausrechnen, wie viel Mehl ich für 7 Personen benötige. In dieser Spalte hier stehen zwei Werte, 1, 2. Deshalb rechne ich hier auf die 1 herunter. Ich rechne also zunächst geteilt durch 3 und lande so bei einer Person und nehme anschließend mal 7 und bin so bei 7 Personen. Die gleichen Schritte mache ich nun auf der linken Seite. 240 geteilt durch 3 gibt 80 und 80 mal 7 gibt 560 Gramm. Um für 7 Personen Pfannkuchen zu machen, benötigt man also 560 Gramm Mehl. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und ich wünsche dir noch viel Erfolg beim Rechnen mit dem Dreisatz. Bis bald!